Also da ich aus Bayern komme, bin ich natürlich römisch-katholisch. Immer noch gehöre auch der römisch-katholischen Kirche noch an und bezahle tatsächlich Kirchensteuern. Aus dem Grund, weil ich immer gedacht habe, ich möchte mal in der Kirche heiraten. Komischerweise habe ich jetzt geheiratet und nicht in der Kirche. Irgendwie glaube ich auch an Gott für diese Pause. Und dann vielleicht irgendjemanden, der uns lenkt oder man möchte gern an irgendwas glauben. Weil man die Vorstellung, dass man so auf die Erde geworfen worden ist und so, jetzt macht mal selber, bis ihr euch wieder vernichtet gegenseitig, ist ja irgendwie auch seltsam. Ist wahrscheinlich die wahre, aber... Und ich finde Kirchen irgendwie schön. Ich finde dieses ganze Klimbim der katholischen Kirche, das rührt mich irgendwie. Die Papst und all diese Kardinäle und diese Farben und dieser Prunk. Ich finde es irgendwie schick und bin deshalb noch Teil der katholischen Kirche, obwohl ich nicht wirklich dran glaube, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt hier vor so einer Kapelle hinter mir, so ein Kreuz. Wahrscheinlich fällt mir gleich ein Felsbrocken auf den Kopf. Ich bin jetzt hier vor so einer Kapelle hinter mir. Ich bin jetzt hier vor so einer Kapelle hinter mir. Ich bin jetzt hier vor, aber ich bin jetzt hier vor. Ich bin jetzt hier vor, ich bin jetzt hier vor, ich bin jetzt hier vor. Ich bin jetzt hier vor.